Vor drei Jahren waren wir mittendrin in der zweiten Corona-Welle. Die Bundesregierung hatte gerade den sogenannten Lockdown-Light ausgerufen. Nur maximal zwei Haushalte durften sich miteinander treffen. Restaurants, Kneipen, Theater und Kinos, alles dicht. Und das nicht ohne Grund. Ich würde an dieser Stelle nach den rasant gestiegenen Zahlen mittlerweile gern ein kleines Update machen. Wie stellt sich Ihnen die Lage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen dar? Ja, also beim Blick ins DIVI-Intensivregister sieht man, dass einfach die Zahlen weiter deutlich ansteigen an Patienten, die intensivpflichtig werden und die Covid-19 haben. Da hat sich die Anzahl innerhalb von zehn Tagen verdoppelt. Es fing alles damit an, dass seit Ende September ungefähr die Anzahl der Neuinfektionen deutlich anstiegen. Es hat sich erst auf ganz bestimmte Städte konzentriert oder, sage ich mal, Bereiche in Deutschland, zum Beispiel Rhein-Main-Region, also Frankfurt-Offenbach und Berlin. Das waren ja erst im Sommer eigentlich vor allen Dingen die Reiserückkehrer, die da eine Rolle gespielt haben. Dann waren es die Familienfeiern oder Gemeinschaftsunterkünfte. Und jetzt ist es hier so, dass es eigentlich ein sehr diffuses Geschehen ist. Also viele können ja gar nicht mehr nachvollziehen, wo sie sich angesteckt haben. Das sind die NDR-Wissenschaftsredakteurin Corinna Hennig und die Virologin Sandra Ziesek. Hier in einem Ausschnitt aus der Podcast-Folge vom 3. November 2020. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute das Coronavirus-Update. Die Corona-Pandemie wurde mittlerweile für beendet erklärt. Und das, was wir eben gehört haben, klingt wie aus einer anderen Zeit. Aber, ihr werdet es bemerkt haben, Corona gibt's immer noch. Und jetzt, in der kalten Jahreszeit, stecken sich auch wieder deutlich mehr Leute mit dem Virus an. Doch glücklicherweise ist die Lage auf den Intensivstationen längst nicht mehr so angespannt. Wir haben wirksame Impfstoffe und wir wissen viel mehr über das Virus und Covid-19. Das haben wir auch dem Coronavirus-Update zu verdanken. Der Podcast wurde im Februar 2020 ins Leben gerufen, als viele Menschen extrem verunsichert waren. Und da hat sich Norbert Grundei vom NDR Innovationspool gefragt. Wie wäre es eigentlich, wenn wir in dieser Corona-Krise mit dem Menschen sprechen könnten, der der absolute Experte in Deutschland für dieses Thema ist, der die Bundesregierung berät, der das Außenministerium berät, die Bundesländer? Wie wäre es eigentlich, wenn alle Menschen in Deutschland denselben Informationsstand hätten wie die politischen Entscheidungsträger, wenn man so will? So einen Podcast könnten ziemlich viele Menschen ziemlich hilfreich finden, hat sich Norbert Grundei gedacht. Zu Beginn der Pandemie hat er also kurzerhand gemeinsam mit einigen KollegInnen vom Norddeutschen Rundfunk das Coronavirus-Update entwickelt. Die Idee ist ein kurzer, sachlicher Podcast, in dem wir täglich zur aktuellen Entwicklung der Situation um Covid-19 sprechen. Schon 24 Stunden später ist die Idee bereits in die Tat umgesetzt und das Coronavirus-Update hält, was der Name verspricht. Die NDR-Wissenschaftsredakteurinnen Corinna Hennig, Anja Martini und später auch Beke Schulmann geben gemeinsam mit dem Virologen Christian Drosten jeden Tag einen kompakten Überblick über die aktuelle Corona-Lage. Immer wissenschaftlich fundiert, mit aktuellen Zahlen und Fakten belegt und trotzdem zugänglich und gut verständlich erklärt. Ich will noch mal ein anderes Beispiel sagen. Ich glaube, viele von uns kennen aus Zeiten, sagen wir vor der Pandemie, zum Beispiel bei Arbeitsbesprechungen, sagen wir am Pausentisch in einer Veranstaltung. Da redet man mit jemandem und man hat keine Maske auf und man stellt fest, der hat Mundgeruch. Dieser Mundgeruch, das sind Aerosole. Da sind auch Gase dabei, das sind also nicht nur Dämpfe, nicht nur kleine Flüssigkeitströpfchen. Aber jetzt für unsere vereinfachte Diskussion hier reicht es, wenn man sich das so vorstellt. Können Sie sich vorstellen, dieselbe Situation, Sie stehen an demselben Kuchenbuffet und sprechen in derselben Entfernung mit jemandem, aber beide haben Masken auf. Können Sie sich vorstellen, dass Sie noch bemerken, dass dieser Gesprächspartner Mundgeruch hat? Oder Knoblauch gegessen. Das werden Sie nicht mehr bemerken, genau. Und dieses nicht mehr bemerken, das können wir auch darin übersetzen, da werde ich mich eher nicht mehr so schnell infizieren. Im ersten Corona-Herbst wird außerdem die Virologin Sandra Ziesek Teil des Podcast-Teams. Ziesek und Drosten sind ab diesem Zeitpunkt immer abwechselnd als ExpertInnen in den Folgen vom Coronavirus-Update zu hören. Nach 112 Folgen und gut zwei Jahren Pandemie verabschieden sich die beiden Forschenden im März 2022 als regelmäßige GesprächspartnerInnen im Podcast. Es gibt noch so viel zu klären und auch weiterhin Handlungsbedarf. Ja, aber Handlungsbedarf ist eben vor allem von politischer Seite wissenschaftlich gesehen, gibt es zwar auch immer was zu reden, aber es wird kleinteiliger. Es ist kleinteiliger geworden in den letzten Monaten. Das heißt, was die großen Linien angeht, gibt es momentan eigentlich keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, die die Grundlagen für die Pandemie-Steuerung verändern würden. Das haben uns unsere beiden Gesprächspartner zuletzt auch immer wieder gesagt. Christian Drosten und Sandra Ziesek sind seitdem nur noch gelegentlich als Fachleute im Coronavirus-Update zu Gast. Die Fragen, die jetzt in der endemischen Corona-Phase im Raum stehen, würden weniger die Virologie betreffen, sondern eher die Immunologie, heißt es im Podcast. Was passiert nun mit uns, wenn wir uns zum zweiten, dritten, vierten Mal infizieren? Mit uns und unserem Immunsystem. Wie ist das mit dem neuen angepassten Impfstoff und einem erneuten Booster zum Herbst? Und müssen wir bei Long-Covid nochmal genauer hingucken? Diese Fragen klärt Host Corinna Hennig in der Folge vom 9. Oktober mit der Immunologin Christine Falk. Auch ExpertInnen aus anderen medizinischen Fachrichtungen waren bereits im Coronavirus-Update zu hören. Zum Beispiel aus der Impfstoffforschung, aus der Psychologie und aus der Kinder- und Jugendmedizin. SARS-CoV-2 ist in der diesjährigen Erkältungssaison ein Virus unter vielen. Die Immunität in der deutschen Bevölkerung ist dank hoher Impfquote und vielen überstandenen Covid-19-Erkrankungen auf einem sehr hohen Niveau. Aber auf die leichte Schulter sollte man Corona trotzdem nicht nehmen. Und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, ist das Coronavirus-Update vom NDR Info nach wie vor eine verlässliche Quelle. Der Podcast wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Bundespressekonferenz 2020 und mit zwei Grimme Online Awards im Jahr 2020. Ein Grimme Online Award wurde dem Format direkt vom Publikum verliehen, der andere in der Kategorie Information. In der Jurybegründung heißt es, das Coronavirus-Update demonstriere, dass auch ausführlicher Wissenschaftsjournalismus das Publikum fesseln könne. Und wer diesen Podcast hört, trägt auch in diesem Herbst und Winter wieder freiwillig eine FFP2-Maske. Das war der Podcast-Podcast für heute. Mehr Empfehlungen vom Podcast Radio Detektor FM hört ihr täglich auf der Plattform eurer Wahl. Kommentiert unsere Folge, lasst uns ein Like da und empfehlt den Podcast-Podcast einem anderen Podcast-Junkie. Der heutige Tipp kam von Oliver Haupt. Redaktion Ina Lebetiew, Joana Voss und Doreen Rothmann. Produktion Tim Schmutzler und ich bin Carolin Breitschädel. Wir hören uns.